Moin, wir sind hier am Rad am Ring, 24 Stunden Rennen, alle sind schon sehr gespannt und geht jetzt gleich los um 12.20 Uhr ungefähr. Wir haben acht Viererteams am Start, wir haben fünf Solisten am Start, mein erstes 24 Stunden Rennen im Viererteam, das wird schon cool. Ja, also ich glaube Hausaufgaben sind gemacht, Manuel ist widerwarten, doch nicht in Badehose gekommen und bei Björn ist der unaerodynamische Bart, wie Manuel sagte, auch noch dran. Aber jetzt ist vorbei mit Quatschen, jetzt geht es erstmal ins Fahrradfahren. Ja, ich bin völlig entspannt, egal ob jetzt beim Laufen, Schwimmen oder Radfahren, Disziplin und ich bin völlig egal, ich schlage die Jungs so oder so. Ja, jetzt steigt die Spannung natürlich, Kult ist auch entsprechend hoch, Massenstart immer was Besonderes. Schauen wir mal, wie so die erste Runde angeht. Bis gleich. Ja, Moin zusammen. Wir sind hier gerade bei bestem Wetter bei Rad am Ring. Echt supergut. Bis letzten Jahre war es immer ein bisschen kritisch mit dem Wetter. Wir haben ein sehr, sehr großes Fahrradlager diesmal, die sind bestens versorgt mit Grill, Nudeln und ja, und jetzt freue ich mich eigentlich noch auf die nächsten. Wie viel sind es noch ungefähr? 19 Stunden, glaube ich. Wird jetzt erstmal eine harte Nacht, denke ich. Ja, und dann schauen wir mal. Wir sind jetzt noch einig. Wir sind jetzt noch einig. Völlig im Arsch, total gaga, total bescheuerte Idee, aber war geil, hat Bock gemacht. Sack schwer. Wie viel rund hast du gemacht? 17. Eine weniger als erhofft, aber es war Sack schwer. Ziemlich K.O., glücklich, dass man im Ziel ist, glücklich, dass man mal keinen Sattel unterm Hintern hat. Schön, dass die Hausaufgaben fertig geworden sind, muss ich auch sagen, also ich freue mich. Es war aber auch verdammt hart, also in Summe waren es, glaube ich, eine Viertelstunde, 20 Minuten Pause, die er in der Björn nur gelassen hat. Klar hatte man irgendwo Vorsprung, aber mit dem konnte man nie kalkulieren, also musste man zu Ende fahren. Ja, und aktuell der Stand ist, mit 19 Runden bist du Führender der Challenge und da hast das Ding scheinbar gewonnen. Wie es aussieht. So, jetzt hoffe ich, dass ihr auf mich getippt habt und dann wird das los entscheiden, wer den Quark Power Meta bekommt. Macht's gut. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Untertitelung des ZDF, 2020